Komm, einmal drücken, bevor du gehst. Drücken. Drück sie dafür, sie schließlich dann. Jede meiner Mams hat ein Kind gekriegt. Dein Sperma? Klar. Cool, ich liebe Lesben. Toll. Das ist eindeutend. Er ist ihr biologischer Vater und der ganze Mist. So als wären wir nicht genug oder sowas. Eigentlich will ich ihn wiedersehen. Du willst was? Du willst was? Das ist schön, ich freu mich sehr. Hi. Halt dich zurück mit dem Wein, es ist erst Nachmittag. In Ordnung, das gilt aber für deine ewigen Anweisungen. Wie seid ihr beide euch begegnet? Ich war Assistenzärztin und Schultz hatte einen Notfall. Meine Zunge war taugend. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich entspannen. Meine Zunge hat 1A funktioniert. Oh Gott. Der Plan war, ihn auf Abstand zu halten. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nie im Leben. Er ist nicht ihr Vater, er ist der Samenspender. Ich sehe viel von der Mimik von meinem Kind in deinem Gesicht. Wirklich? Wirklich? Ich habe das Gefühl, er stiehlt mir meine Familie. Ich hab mich so furchtbar weit weg von dir gefühlt zuletzt. Wieso hast du sowas zusammengespendet? Ja, ich dachte, das macht mehr Spaß als Blut zu spenden. Hey, ich bereue es nicht. Die Ehe ist schwer. Die Jahre vergehen und plötzlich sieht man den anderen nicht mehr. Cheers auf eine unkonventionelle Familie. Die S Thank You bzw. Take care. Gradiere Lucas-What mist samt-